Hallo liebe Puketuber, wir sind's wieder, Benne3539V und WDE Sammler14. Ja, und heute gibt's Booster Opening, ihr seht schon hier, Call of Legends, also die Weltprimäre habe ich leider nicht, also die Deutschlandprimäre. Also einer war vor mir, aber ich bin der Zweite. Und, ähm, also hier, Call of Legends, also richtig geil, es sind 20 Packs und die werden wir dann heute mal für euch öffnen. Wir haben auch einen Stargast und der stellt sich mal vor. Ja, wer soll's denn sein, der Shiny Garados? Ja, genau, der Shiny Garados. Und, ja, es kann jetzt sein, dass ihr ihn nicht so hört an der Webcam, weil letztes, im letzten Video hat man ihn ja auch nicht gehört. Und, ja, aber egal, das ist jetzt egal, weil Telefon haben wir jetzt nicht da. Okay, ja, und wir fangen dann an mit dem ersten Pack, äh, mit dem Groton-Pack. Hier, siehst du? Könntest du die Webcam von Computerreite runter schieben? Wie jetzt? So. Ja, genau, danke. Okay, hier, Groton-Pack. Groton-Pack, geil. Ja, ich will noch etwas sagen. In Deutschlandprimär hat die noch Pokénex, wenn es noch nicht wissen, einige brauchen. Ja, Pokénex hat's, ja, okay. Einer meiner Lieblings-Poké-Tuber. Der ist auch nicht schlecht, also, ja, okay, das Pack habe ich hier gut aufbekommen. Ähm, ich weiß eigentlich noch nicht, was in den Packs so für Ankamente und so sind. Ja, ich kann dir eins sagen, es sind Trainerkarten dabei, wo in den vorherigen Serien nur nachgemacht wurden. Okay, wir haben hier ein Feurigel, geil, das ist einfach nur geil. Ein Feurigel, ein Taubsee, ein Snowball, ein Flagmon, ein Traumfugil, ein Supporter, Copycat, keine Ahnung. Ähm, Mr. Junior, also Mime Junior, ja, also Pantimimi, Riolu, G-Reverse ist. Geil, ne Holo-Energie, das ist auch neu in dem Set. Hier. Also ne Holo-Energie ist, gerade, ich kann das nicht sehen, die Karten, weil die Webcam ganz anders ist. Egal, also ne Holo-Energie hier, geil. Und die Rare ist Smog-Mog Rare. Also, hier Smog-Mog Rare. Okay. Aber egal, ja, und jetzt kommt Benne 3539V. Und ich mach's jetzt noch auf den Zeug. Hier. Ja. Mach's jetzt mal auf. Also, das ist schon was Besonderes, so Booster. Gott sei Dank, wir hatten Glück, die zu bekommen, aber das erzähl ich euch mal ein anderes Mal. Wir haben ein Endivier, ein Teddy-Ursa, die sind so geil, die neuen Karten. Dann haben wir Pipi, Magma, Phanpi, Tauboga, Pipi, das ist geil, Wati, nein, Wati ist das, Wati, ja, das war's. Die Reverse ist, okay, ähm, Research Record Trainer, Reverse, geil. Und die Rare ist? Sengo. Sengo Rare, geiles Artwork hat die Karte. Ich zeig jetzt noch. Äh, Dominik, ich hätte sagen noch, wenn du die Trainerkarte Lost World ziehen solltest, kannst du mir die geben, bitte. Nö, die vertausche ich schon, die habe ich schon an jemanden anderen versprochen. Okay, ja, wir hoffen natürlich auf Lost World. Ja, hier haben wir auch eine weitere mit dem Kyogre-Pack. Also, es gibt vier verschiedene Artworks auf den Packs, Lugia, ähm, Deoxys, Grotan und Kyogre, wie man es hier schön sehen kann, naja. Boah, die ist richtig gewählt, also, wir haben ein Wulpix, ein Voltilam, ein Teddy Ursa, ein Phlegmon, ein Endivier, Lost, Lost, Hallo? Lost World, Lost Remover, also nicht Lost World, Lost Remover, aber auch geil, kann ich auch gut vertauschen. Ein Tyrakrok und ein Aquana, was sehr geil ausschaut. Die Reverse ist Igelava und die Rare ist Impergator Rare, okay. Okay, Impergator Rare, geil, geiler Pull. Das finde ich eigentlich richtig geil. Ja, wir machen weiter. Ja, mit dem Deoxys-Pack. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Zweiter, der die Booster öffnet, denke ich, glaube ich, in Deutschland. Ich hoffe, es gefällt. Ja, wir hoffen, dass Shiny Garados der dritte oder vierte ist, weil er eigentlich auch ein guter Poketuber ist. Sehr guter, eigentlich. Naja. Und, ja, wir hoffen jetzt mal auf einen Shiny Pull. Wir haben ein Nocchan, ein Hund Duster, ein Kanimani, ein Magma, ein Endivier, ein Aquana, wieder ein Lost Remover, ein Tyrakrok. Ja, das war's. Die Reverse ist Hammer, die geil finde ich so geil, Lorblut, auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Reverse, Lorblut, Reverse. Die Rare ist Tangolos. Tangolos Rare. Okay. Geht eigentlich, der Pull geht eigentlich. Ja, jetzt komm ich dran. Jetzt komm ich dran. So. Ich will ein Shiny Pull. Oida, die ist ja übel, die Karte gebogen. Taubsee, Relikant. Nocchan, Snowball, Fampi, Professor Eichs, Neue Terrorie, ähm, Mr. Mime Junior und Domfan. Die Reverse ist Endivier und die Rare ist Frabauts. Frabauts Rare, okay. Wir machen weiter. Also die Karten sind ein bisschen nachgemacht, also. Ja, wir machen weiter mit einem Lugler-Pack. Ja. Ja, ähm, Scheinigara, das ist noch am Apparat. Ja, mir ist langweilig. Ja, du kommst gleich dran. Oh, komm mal, schau mal. Das Dungel ist ja, ich kann ja die Karten nicht sehen. Ja, aber... Okay, wir machen weiter. Wir haben ein Vulpix, ein Carpador, das bekommst du dann, ein Feuriegel, ein Evoli, ein Hunduster, ein Finsternis Energie, ein Tauboga, ein Supporter, ja, geil. Und die Reverse ist? Relax und Reverse, geil. Die ist Hammer, die Karte. Mein Bruder ist mal wieder auf der Karte, okay. Wir machen. Und die Rare ist? Panzer Aeron. Okay. Panzer Aeron. Okay, wir machen jetzt noch ein Booster, dann beenden wir diesen Part. Und zwar das Kyogre-Pack. Das Booster wird, 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 lässt du mir. Jo. So, jetzt kommst du dran. Ich muss siehst... Hoffentlich ist der Krudon, Scheinigar Krudon. Ist die letzte Goldste, wo mir noch fehlt. Okay. Und das kotzt mich so an. Also, willst du sehen, ähm... Kannst du sehen, irgendwie ein bisschen was? Ach ja, das ist ein Relikant. Ja. Also, wir haben ein Relikant hier. Ein Kani-Mani. Ein Magmi. Magma. Ich hab's ganz schlecht gesehen können. Das ist... Das ist gar nicht. Und du's da. Ein Traumagil, glaub ich, ne? Traumagil. Äh... Ihr Professor Eichs Theorie. Trainer, Supporter. Und nochmal... Die... Geil. Ja, Lost World. Oh, Mann, ich wusste es. Ich hab den Booster, die gerade gesehen. Ja, und, ähm... Wir sehen ja jetzt nochmal die Booster für die anderen. Die haben's nicht gesehen. Relikant war drinnen. Kani-Mani. Magma. Hundusta. Traumfugil. Professor Eichs Theorie. Research Record und Lost World. Die ist aber schon vertauscht. Die Reverse ist... Fleckmon. Fleckmon im Brunnen, geil. Und die Rare ist... Ja, geil. Die find ich auch gut. Megani. Das Artwork find ich geil. Okay. Immerhin, Lost World war die Beste aus diesem Booster. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt schon. Und kommen dann mit dem zweiten Part gleich... Kommen wir mit dem zweiten Part gleich hinterher. Okay, ciao. 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 Ciao.